Es freut mich sehr, euch hier bei diesem tollen Abend in Herzberg begrüßen zu können. Wir wollen jetzt gleich das Jüßi-Fest eröffnen und ich möchte die Gelegenheit nutzen, unseren Sponsoren, die auch dazu beigetragen haben, neben euch natürlich, liebe Herzberger Gäste, dass das hier ein gelungenes Ereignis wird, diese Sponsoren vielleicht nochmal namentlich zu nennen. Das ist Matthias Weizel von Rewe, Jens-Olga Nordheim von der VGH, das Autohaus Fricke, Schürker Feuerstein, Bolero, Getränke Wehmeyer, die Sparkasse, die Volksbank, die Fahrschule Ratmann, das Landhaus Schulze, Andreas Engelmann und die Felddienstbauerei. Es freut mich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid und da ihr fast alle Herzberger seid und ich ja nur einen Teil der MTVler hier in Herzberg vertrete und Axel mit mir die DDR-Gehler, dann gebe ich an unseren Gesamtvertreter hier für die Herzberger weiter, unseren Bürgermeister Erhard Walter, für dich. Vielen Dank, lieber Matthias. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Film zu schauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich auf Gplus adden würden und oder diesen Channel abonnieren und schauen Sie doch bitte auch in meinem kleinen Shop bei Kaffeepress vorbei.